Ja, hi Leute! Wir haben heute nochmal ein Unboxing-Video. Und zwar habe ich von Paul Käfer, dem in Züchterkreisen wohl allbekannten und renommiertesten Züchter Deutschlands und Europas, ein Pärchen von Dorcus Titanus aus Sulawesi bekommen. Wird nur mit diesem Zusatz Ex Sulawesi gehandelt. Und die Frage ist jetzt, ob es sich um Dorcus Titanus Titanus handelt, so wie zum Beispiel im Käferforum spekuliert. Oder es eine Unterart von Sulawesi ist, da kommt Dorcus Titanus Typhon in Frage. Dazu habe ich den Herrn Dr. Schenk kontaktiert. Der wird mir da dann die Tage etwas genaueres sagen können. Ja, und dann will ich jetzt nicht länger warten. Wir machen das Paket mal auf. Das Pärchen hat jetzt 50 Euro gekostet. Da ist der Paul Käfer mir noch etwas entgegengekommen. Also, ein ziemlich guter Preis, wenn man bedenkt, dass es sich um Spitzentiere handelt. Moment, so. Okay, natürlich gut abgepolstert. Zeitung und nochmal gut abgeklebte Dosen. Dorcus sind nämlich extrem kräftig. Und das müssen auch wirklich harte Dosen sein. Das dürfen keine Heimchendosen oder so sein, weil die Weibchen können sich da schnell durchnagen. Okay, ich mache das Spannendste natürlich zum Schluss. Also fangen wir mal mit dem Weibchen an. Das Weibchen ist jetzt in der F1-Generation. Da kam 2015 nochmal ein Import über Japan. Also die Tiere stammen ursprünglich aus der Wiese. Und über Japan kamen dann diese Tiere nach Deutschland, Wildfänge. Und das Männchen ist in der F3. Da kamen die Ursprungstiere 2012, 2013. Auch über den Weg zu der Wiese, Japan. Nochmal gut zugeklebt. Wie gesagt, wir können wahrscheinlich ohne Probleme auch diese Deckel hier aufdrücken. So. Schön hier mit feuchten Spänen und Beetle Jelly. Also gut versorgt für die Reise. Das kann nicht austrocknen, wenn es hat Futter. Und da ist die gute Dame. Die ist jetzt, denke ich mal, eine normale Größe für Dorcus Titanus Weibchen. Und wie man sieht auch sehr agil. Die Tiere sind erst frisch geschlüpft. Und werden mir hoffentlich auch einige Larven bescheren. Dorcus Titanus können auf jeden Fall mehrere Jahre alt werden. Zumindest war das bei Dorcus Titanus Castanicolor so der Fall. Allerdings kommt diese Unterart, also Dorcus Titanus Castanicolor auch aus kühleren Gegenden. aus Korea. Ich glaube auch in Teilen von China und Japan kommt Castanicolor vor. Dort ist es kühler und dann ergibt sich diese längere Lebenszeit vielleicht daher. Ich habe die dann auch etwas kühler gehalten. Aber Sulawesi ist in Indonesien, eine Insel von Indonesien und dort herrscht tropisches Klima. Ich weiß jetzt nicht, ob die Dorcus Titanus dort in Gebirgsregionen vorkommen. Aber auf jeden Fall braucht es höhere Temperaturen zur Zucht von den Dorcus Titanus aus Sulawesi. Das wurde mir so schon gesagt von Paul-Käfer. Tochus Titanus Castanicolor ließen sich auch bei ganz normalen Kellertemperaturen von 16 bis 18 Grad ähnlich wie Lucanus sehr gut züchten. Viele Larven hinterlassen. Die Aufzucht war auch ohne Probleme damals noch in komplett reinem, weiß, faulen Holz. Da war das mit den Flakesäulen noch nicht so weit, als ich die Castanicolor hatte. Okay, wir messen die Kleine mal schnell. Da sind wir bei knapp 35 Millimeter. Süßes kleines Ding. Und die setzen wir jetzt wieder zurück. Und jetzt kommt natürlich das wahrscheinlich für das Video interessanteste. Das Männchen. Das habe ich eben schon gesagt. Das Männchen ist mittlerweile in F3. Und ein Riesenteil. Auch hier wieder feuchte Späne mit Jelly. Und jetzt muss ich mal schauen, wie ich ihn am besten packe, weil ich wurde schon vorgewarnt. Die sollen wohl sehr, sehr aggressiv und kräftig sein. Ja, der hat auf jeden Fall Kraft. Ja, ein Riesenteil der Paul Käfer hat angegeben 93 Millimeter plus minus. Denn so agile Tiere, so kräftige Tiere lassen sich nur sehr schwer messen. Von daher ist das auch zu verzeihen, wenn diese Größenangabe von 93 Millimetern nicht genau stimmt. Wir wollen ja nicht, dass irgendjemand seinen Finger verliert. Und auch mit Zollstöcken oder Linealen ist es natürlich nochmal extra schwer zu messen. Und da ist die Messungenauigkeit auch deutlich größer. Und allein schon am Festhalten merkt man, was für eine Kraft dieses Männchen hier hat. Boah. Und vor allem wirklich frisch geschlüpft. Die Tarsen sind noch extrem spitz und bohren sich in die Haut. Diese Männchen hier wurden in Pleurotuskinci gezüchtet. In speziellem, da stammte der Pilz ursprünglich wohl irgendwie aus einem Himalaya-Gebiet. Und eignet sich wohl extrem gut für Dorcus. Dorcus lassen sich auch in Kinchi tatsächlich noch besser züchten als in Flakesoil. Obwohl es natürlich auch in Flakesoil und weißvollem Holz geht. Nur dann kriegt man nicht solche extrem spitze Tiere. Ja, so ein Männchen braucht in der Größe, laut Paul Käfer, 16 bis 18 Monate. Und verschlingt dabei ganze 9,6 Liter Kinchi. Also vier Kinchi-Zyklen. Das ist also ein recht hoher Aufwand und wirklich gefräßige Tiere. Ob da jetzt Protein noch mit im Kinchi zugefüttert ist, weiß ich nicht. Aber ich denke nicht, weil der Pilz im Kinchi wahrscheinlich schon Protein genug ist. Und ansonsten das Kinchi auch kontaminiert würde, wenn man da glaube ich zu viel dran rumfummelt. Und ich selber habe nämlich noch nie Kinchi genutzt. Werde auch mal schauen, ob ich das dann wage, wenn ich jetzt Nachzuchten hier erzielen sollte. Ich werde die Käfer erstmal in ganz normale Boxen setzen mit Stämmen und Flakesoil. Also natürlich einzeln. Das Weibchen nur in die Legebox, das Männchen separat in eine kleinere Box, wo nur Humus oder Erde ist. Und etwas zum Verstecken. Weil die Männchen sind wohl sehr aggressiv und können die im Weibchen ohne weiteres in der Mitte durchknipsen. Das will ich natürlich nicht. Und das Ganze bei dieser Unterart, wenn es denn eine Unterart ist oder nur die Nominatform Titanus Titanus, nur eben von Sulawesi, das weiß ich noch nicht. Da lasse ich mich vom Herrn Dr. Schenk schlau machen. Werd das dann auch noch hier im Video anmerken, wenn ich da genau das weiß. Und ja, das Ganze geschieht dann bei 20 bis 21 Grad, die Aufzucht. Dann wollen wir doch mal messen. Beziehungsweise versuchen es zumindest. Ja, und da lag er mit 93 Millimetern auf jeden Fall nicht ganz unrichtig. Die sind jetzt hier knapp über 92 Millimeter. Moment, ich lasse es noch mal nach zur Sicherheit. Ja, jetzt ist es wirklich noch knapp an den 93 Millimetern. Also wirklich eine spitzen Züchterleistung, solche Riesentiere zu züchten. Ich sehe, hier sind jetzt ein paar Milben dran, aber die lassen sich leicht abpinseln. Ansonsten wirklich ein fehlerfreies Tier. Keine Deformationen an den Flügeldecken oder Runzeln. Tasen, alles noch dran. Bin sehr zufrieden und dazu muss gesagt sein, Wildfänge, wenn die kommen, in diesen Größen sind die deutlich teurer. Da sollte man auf jeden Fall auf Nachzuchten zurückgreifen. Dafür züchten wir sie ja schließlich auch, um die auf dem deutschen Markt so zu verbreiten, damit sie nicht immer neu gefangen werden müssen. 50 Euro habe ich jetzt für dieses Pärchen hier bezahlt. Das geht für solche Spitzentiere auf jeden Fall völlig in Ordnung. Und bei Wildfängen wäre das Ganze dann erheblich teurer. Ja, okay. Ich setze die Tiere jetzt erstmal wieder weg. Und dann seht ihr demnächst, wie ich die Box dafür einrichte. Ja, dann seid gespannt. Der will jetzt hier nicht mehr runter. Hat sich wieder festgekrallt. Okay, ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und abonniert bitte. Tschüss.